Ich habe bereits gewachsen. Willkommen. Freut mich, dass ihr hier seid. An diesem Mittwoch. Leute, ich habe gestern auf WhatsApp einen Status gepostet, wo drin steht, it's coming back. Und um genauer zu sein, ich kann euch das sogar einmal genau vorlesen, was ich gesagt habe, denn er müsste eigentlich noch online sein. Genau. Finally, it's coming back. Freitag, 20.15 Uhr. Klar, mit Freitag kann man jetzt so einiges auch machen, weil es muss ja nicht unbedingt heißen, dass es diesen Freitag ist. Es kann auch nächsten Freitag sein, übernächsten Freitag, überübernächsten Freitag. Es kann auch ein Freitag in, weiß ich nicht, drei Monaten sein. Aber tatsächlich ist es bald ein Freitag, um genau zu sein, in, ich glaube, zwei Wochen der Freitag. Also ich glaube, ist das der drei Wochenende. Ne, nächste Woche. Sorry, nächste Woche. Nächste Woche Freitag. Ja. Nächste Woche Freitag ist es soweit und es gibt ein kleines Comeback, ein kleines Return, sag ich jetzt mal, von etwas, was ich noch nicht so lange am Machen bin. aber tatsächlich gibt es eine, ja, ein neues Video davon. Sagen wir mal so, dürfte gerne spekulieren in den Kommentaren, was es ist, worum es sich handeln könnte und alles mögliche und so. Aber ich sag mal so, es gibt immer Missionen zu erledigen, die man erledigen muss, um voranzukommen, damit man eben neue Missionen machen kann und ja, ich glaube, ich sag schon ein wenig zu viel, vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie ihr mit diesen Infos hier jetzt umgeht, keine Ahnung, was in den Kommentaren und so abgeht. Deswegen, eigentlich war geplant, dass ich das Video, was ich jetzt hier beziehungsweise ein bisschen anteaser, diesen Freitag hochzuladen, aber da ich das dieses Video Mittwoch hochlade, Leute, für mich ist gerade Dienstag, ich nehme das jetzt gerade am Dienstag auf, vielleicht danach nehme ich das Video auf, ich werde wahrscheinlich, kann auch sein, dass ich es morgen mache, I don't know, aber auf jeden Fall ist es so, dass dann ein neues Video kommt nächste Woche Freitag und wenn ihr das Thumbnail gesehen habt, wenn ihr das Thumbnail gesehen habt, dann werdet ihr, glaube ich, auch merken, dass ich Freitag meine, wer sich so ein bisschen mit diesen römischen Zahlen auskennt, der weiß, dass es der 8. 3. 2024 ist, denn, wenn man mal genau überlegt, ist nämlich, dass das das Bild, ja, das Bild, was drin ist, heißt nämlich X Ah, nee, warte mal, Moment, warte mal, das ist falsch, ÖH Ah, ja, ich weiß warum, okay, naja, Moment, okay, egal, ähm, gut, kann sein, dass das Thumbnail richtig ist, wenn ihr das Video seht, ich hab's gerade noch falsch hier, ich muss da noch was ändern, aber, auf jeden Fall, im Thumbnail steht ja, V-I-I-I Punkt I-I-I Punkt M-M-X-X-I-V Wenn man sich mit diesen römischen Zahlen, wie gesagt, auskennt, dann weiß man, dass V-I-I-I für 8 steht, I-I-I für 3 und M-M-X-X-I-V für 2024, ja, also, wenn ihr euch damit auskennt, ein wenig, dann wisst ihr, dass es der 8. 3. 2024 ist und das ist nächste Woche Freitag und, ja, wie gesagt, neue Missionen zu erledigen, um weiterzukommen, um voranzuschreiten an höhere Missionen, an Ausrüstung und wer weiß, vielleicht auch an neue Mitglieder, wer weiß, aber, ich würde sagen, genug gelabert und dann würde ich ganz offen und ehrlich sagen, sehen wir uns am 8.3. 2024 wieder 20.15. 20.15. Ich mache jetzt kein ProSieben-Joke. Wäre zwar lustig, aber nein. Nein. Aber, 8.3. 2024, 20.15. Auf meinem YouTube-Kanal kommt eine Premiere, die ich übrigens auch erst am Freitag um 20.00 Uhr einstellen werde, wahrscheinlich. Nee, gar nicht wahr. Äh, 19.30 ungefähr werde ich die einstellen. Dann wird das Video aber schon drinnen sein und dann werde ich die erst einstellen. Aber, wie gesagt, genug gelabert. Ich würde sagen, wir sehen uns 8.3. 2024, 20.15. Im Premiere-Chat. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.